ARD Text im Auftrag von Funk Oh, goodness me, what a dream Hey Andi, das sieht gut aus heute Schön in die Kamera Yeah Gosh, what a glorious day Tanz im Kreis Andi Yeah So regalicious Jetzt sind wir eigentlich nur schwul Beziehung hier Sieht fast so aus Komm, weil die Wohne ich anschaue, unsere Klamotten hat Yeah Nein, du checkst nicht die Skarspielung auf die Sitcoms in den 60ern Ja, ich weiß schon, aber Du musst ihm jetzt immer Du musst anders laufen Andi Wie? Du musst schon mal Schau So, hast du mit den Füßen so Yeah Das ist verhindert Das ist verhindert Morgen, dear Ich habe dein Lieblingsklapp gemacht Ah, du schloss mit meiner Frau Jetzt habe ich's raus Ja, höh Der Stad ist weg von der Stadt für ein paar Wochen Er ist nur gefragt, ob du seine E-Mail für ihn Oh, und dein Freund Pierce kallt Ich bin sicher, dass er etwas verrätes und rätes Klamotten hat Ich bin sicher, dass er etwas verrätes Klamotten hat Ich bin in der Klamotten Ich bin in der Klamotten Und jemanden namens Deckstopp sagt Ich bin in der Klamotten Ich bin in der Klamotten Siehst du mich? Ja, dass ich sie Ich seh' dich nicht richtig Ich seh' nur deine Hände Ah, okay Ich glaube, dass ich Timmy die Papier zu verkaufen hat Ich bin in der Klamotten Ich bin in der Klamotten Natürlich, dear Yeah Du bist weg Ich bin in der Klamotten Ich habe nur den Klamotten Nein Oh, ich meinte, was hier passiert ist Jetzt bin ich überlegt, was heute in der Welt passiert Ha 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 WTF? Du musst es mit den Taschen kommen, wie man hat! Ja! Bereitst du die schönen Menschen im Stilport? Hell, geh in den Auto! WTF? Ja, ich bin schneller bei meinem Auto! Nein! Es ist deine Welt! Geh an! Ha ha! Du Spaste! Meins! Nee, konnte nicht! Ja, ja, ja! Hä? Ich darf das nicht mal selber fahren, das fahrt von allein! Nee, das fährst du selber! Ich schwöre dir, das fahrt immer wieder zurück auf die Straße, wenn ich jetzt... Ich kann nicht von der Straße runterfahren! Ja, du solltest auch den GPS folgen! Ich will Leute überfahren! Kann ich Gas geben, irgendwie? Das fahrt der Laufbüchersteller! Bist du sicher? Ja, können wir nicht, wenn ich so laufe! Ha 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 ha! Oh! Warte, Mann! Ich will den Leinheber fahren! Ja, das ist ganz schade, aber! Hei... Ich lasse... Ich lasse... What the fuck? Was hat das grad? Ich muss mich grad auf Auffall stellen, selbst mit Busy kommen noch die Scheißdinger! So, jetzt halt, darf ich fahren! Ich muss eigentlich nicht mehr was drücken, wir fahren von allein einfach! Ja, hier sind wir! Ich kann nicht mehr was drücken, wir haben Zeit! Ich bin doch nur ein Typ! Nein, hier sind wir! Ich bin doch nur ein Typ! Nein, hier sind wir Präsident von Saint! Ach schon! Danke, danke! Ja, ich hab Geld sucht, aber ich luchte mich nicht mehr! Ich hab Geld sucht, aber ich luchte mich nicht mehr! Ich hab Geld sucht, aber ich luchte mich nicht mehr! Ich hab Geld... Kann man nicht... Naaah... Ja... Ja... Wieso ich nicht? Bin ich hässlich oder was? Bin ich hässlich? Hö! Ah ja, okay, jetzt kommt das! Bla bla bla, kein Sound! Was im Dich? Pfff, nicht schon! Ich schon! Wenn das nur Hologramm ist, wieso können dann die Scheibe kaputt machen? Weil es ne Holo Scheibe ist! Dummkopf! Was zum Piep ist hier los, jetzt bist du auf einmal, ich fahr, es fahrt nicht los, ich kann nicht fahren, ich darf dich nicht überfahren, was, wohin überhaupt, Saku au, entkomme. Saku. Lass es hier erzählen, du musst ihn nicht auf einen Weg fahren. Fähr frei von was? Basis sollst du entkommen nicht? Wir hou'n, ich muss einen Moment wegwerfen lassen, ich habe jetzt irgendwie Schuh. Immer vorne rein, du musst den Tag vorne nehmen, du musst den Tag holen. Ja! Ich brauche etwas mehr Zeit, bevor ich dich rauskomme. Ist das wirklich hilfreich? Du weißt, einfach bist du. Bist du mir? Die Simulation ist alles um Normalität. Leidenschaft, Ordnung, all die Dinge, die du magst. Geh weiter. Unlässt Hilfe. Geh weiter. Die Simulation ist resistent, aber nur weiter gehen. Du musst dich nicht mehr machen. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Ich habe dein Wünsch. Ich habe dein Wünsch. Ist das? Alles kaputt, Mann. Jawohl. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Was ist das fertig? Ich habe dein Wünsch. Warte, warte. Ich hab dein Wünsch. Oh nein. Warte ein Moment. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-what? Was ist denn passiert? Was ist denn gut? Du warst schnell! Du musst nach oben und nach oben und nach oben und nach oben. Ich hab's gecheckt. Ein Schuss. Ein Kipp. Wolltest du auch gerade gucken, ob der was looted? Ja. Was looted? Der Mensch ist droppt. BAM! Das ist das Spiel des Sims. Sims Sin heißt es dann. Sims Sin City. Sims Saints macht Mensch. Nee, Sin. Du weißt, wenn das noch Sin ist. Man muss ja mal grün nehmen. Was ist das? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Es ist gesteckt. Oh, Martin, da brauchen wir Jump-Map-Skills. Ja, das habe ich. Nicht. Mehr hast du. Das ist auch so ein Kratzen im Hals. Ja, lass uns so ein bisschen nicht einfach in unserem Gefängnis. Der schaut doch voll nett aus, so. Nein, ich will nicht vergebildet werden. Versuch wieder zu gehen, und ich zerstöre deinen pittvollen Planeten. Und wieso findest du denn nicht gleich den Planeten, ohne dass er ihn einfach nur wegsperrt? Keine Ahnung. Wieso findest du denn nicht einfach uns? Meine Freunde, jeder von euch sind verabschiedet, um zu den Säden-Empire zu bekommen. Aber heute ist dein Glück. Heute verabschiedst du mit einem neuen Arbeitsprogramm zu sein. Ich verstehe kein Wort. Was? Und ich werde dich empfehlen, um die Wardens des 1931 zu sein. Du wirst eine andere, die Präsidenten der USA zu sein. Ich will sie übernemen, wie eine große Flamme, die Schnappschildkröten mit Zähnen. Sie sehen nur die Scheiße, als wenn sie einfach kein Wort verstehen. Ich will sie verabschieden. Ich will sie verabschieden. Nicht tot. ... ... ... Es ist gerade von da oben runtergeflogen. Ja, ich kann dich hören. Wie höre ich dich? Ich habe ein Handy auf mich. Ich verabschiede mich auf mein Handy und schiebe mich zu dem Audio-System. Du solltest mich auf mich hören. Und du musst nicht heißen. Okay. Kann ich mich an den Armstern? Ich kann mich aussehen. Hast du die Move gesehen? kristin bei der kraft hat dadurch nicht geholfen auch wir sind nicht töten der 5 aber die arbeit ich muss burschen kubb ach es war kein umschalt wer Was ist denn das? BAB! Schade, wo ist denn der Store wieder? Fick dich auf die Tape in deinem Hub Oh, es ist wie ein digitale Informationen-Pad Du weißt, wie die Mobiles auf dem Auto Die Leute in den ganzen Tagen Cool, da sind es nur die Spiele drauf? Okay, chill mal. Greif auf das Minü, mach mal Ehh, Tabulator Ja Weiß nicht, geh zur Karte der kaputt als sie aus ist der erste gta dort ob ich bin ich hierher gekommen wohl muss ich durch stein gps zu fremdlich ersetzen er soll ich meintes er hat abkarte rechtsklick auf fremdlich auf diese waffe in der map geschnur 1 grün ok jetzt einfach den grünen punkten folgen ich muss geben dennoch nicht was kein nitro verlangt du wirst du stärker ich kann nicht auf die wand fahren mein auto schon voll gedamaged an ich brennen hilf mir ich darf dich nicht verlassen ja nicht echt nicht zweifeln ja dann hast du 20 sekunden zeit wieder zurück f*** dich martin wir müssen freundlich feiern machen ich höre meinen typ nicht sie höre ich ganz gut aber mein typ das sagt man sich hier rechts abbiegen das gibt gar keinen sinn der tastier aber das nein nichts kann einen briefkasten kaputt machen ja okay vorhin wird doch alles durch frei ist sicher ist nur da anny kack boah voll gut getriftet bin schon da müssen wir ein neues ding holen bin schon da ja komm ich schon anny warte hier kannst du hier ist wahrscheinlich free movement du musst nicht das nur in missionen darfst nicht so weit weg von deinem partner gleich da ich habe der tuss in die eier und die stirbt ja dann kriegst du schon einen hoden klatsch oder so wird kam ja so coole moves dass man ihn so wegkickt du sprinter schock so schaust du dann drück schlagen nein ich gebe ich rutsche nur seinen eiern doch und hauen auf dem boden ja ich habe es schon mal random ok kam jetzt und wieso trocken die die troppe so komische sachen ja geld es sieht nicht aus wie geld es ist aber geld ok gemein mit sprinten einzukälen sieht echt cool aus wie liebte noch stehen wobei steffen schuld dass ihn getötet hat anbord einkaufen bei upgrade weapons ich hole mir schon mal 33 waffen und nur money geht sie sind schon kann ich vielleicht noch upgraden die gleich ich würde auch nehmen uns nicht 0 2 kräfte richtig viel dann gleich ja klar was hast du gemacht schaden oder genauigkeit durch 1000 ich kann einiges für stück geld ja auch 1000 aber ich habe ich habe schaden und raid of fire hat mir gleich aber eigentlich oder muss die nachkauf noch hat ein bisschen was ich bin nur mein mp wieso tut der typ überhaupt waffen läden denn die stadt einbaut kein geld warum kommen wir holen wenn ich ein kill schocken kein geld recht hört die fliegen auf ihren hintern und springen noch mal hoch an die moment die denn eine gewaltig schüler sind gerade jemand nein die ganze angehört hat schütteln und er kommt wohl nicht wenn man eine war fernst du da kommt wohl fack haben die herrte das seconde amendment in der spiel im händen kann es ist funktioniert durch die leute aber schießt ganz jacke ich habe wohl lang zudem ist immer herrte die komponierende spieler warte auf mich mit schnick und den eigenen müssen noch mal wieder ich habe Das ist, dass der Präsident bereit ist, um ein paar mehr Aliens zu töten. Danke, Frau Presse-Sekretär. Das klingt wie eine perfekte Idee. Was kann ich sagen? Ich bin gut an meinem Job. Hey, das ist nicht gut, das ist subtel. Wahrscheinlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Polizei! Ja, lass doch, fahr einfach grad, dann krieg ich's nicht. Ja, ich muss doch, ich muss doch da langfahren, du Bauer. Ja, ich hab gedacht, du wolltest jetzt umdrehen und den in den reinfahren. Ich siege die Unruhe her, okay, raus da. Weißt du, wie ich das mach? Ich fahr sehr einfach. Ich hab' heute viele Leiden, die kannst du gar nicht mit dir fahren. Ich hab' eingeschossen. Ja, die halten einiges aus, aus dem Schnaufen, wenn man macht. Die sind viel zu einfach, lass' das Difficult hochstellen. Hardcore. Kommst du her? Okay, Zeit, um ein bisschen zu schlafen. Geh' mein Schnaufen, es ist nicht weit. Äh, ist da ein schönes Hotel oder was, den ich anstelle kann? Ja, da kannst du sogar swapen. Oh, nein, 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 das ist ein SMG. Kannst du da drauf? Schau mal an, was ich mitnehme? Was mache ich hier? Ich hab' ne Hostage. Ja, da schießen die dann erst auf den und dann auf dich. Komm. Ich würd gerne... Ja, einfach E und dann in die Richtung und dann weg. Komm. Wir sind nämlich das Alien SMG. Weil ich... keine Ahnung, ich mag's ja nicht, aber du kannst das schon nehmen. Oder du nimmst die automatisch auf, nochmal. Ja, nicht so richtig. Oh, geil, du hast noch ein Torrad. Kannst du da hinten drauf? Drück mal E. Jawoll. Hehehe, gar nicht schwul. Hehehe. Unsere Kleidung sieht da. Kaum schwul. Ja... Mit euch liegt... mit euch liegt ihr hier... Wo fahrst du hin? Fahrst falsch. Ne. Ne. Ja, du hast den anderen Schaden gezeigt. Go, Andy! Hehehe. Yeaaaah! Dead Driftoe! Was machst du? Wuck, ich wag vorum bei mir. Hörst voll die Scheiße zusammen bei dir. Ich fahr auch voll die Scheiße zusammen. Bää! Ich bin da vorab gespruckt. Ich wusste, was die vorhat. Ich wusste es selber nicht. Also ich habe eine goldene Diegel. Du kannst ja die Waffen ändern, gell? Oh ja, ich habe die Ideen. Na, das ist aus dem dritten Teil die erste Ding, wo man überfällt. Ja, danke, es ist mir spoilerisch auch schon. Nicht sicher noch. Also, any hope you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Got it. Anything else? Just hang in there. I promise I'll find a way to get you out. Let's see the better. Deine Hand. Jetzt hast du voll auf den Bogen geschossen. Yeah. That jumped though. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, warte. Normal müsst ihr auf Tab drücken. Ja. Und dann primäre Aufgabe. Lerne die Regeln. Zack. Start Co-Op-Mission, yes. Start mit dem Tab Aufträge und dann nochmal den primären Auftrag. Wir machen erstmal die Ding, okay? Hä? Die Hauptmission ein bisschen? Ja. Die Datensammlungen, die müssen wir halt mal fahren. Viel. Weil die bringen uns OP-Sachen. Und wo genau sind sie? Du willst die Tab-Stand-Gamma haben? Ich weiß, ich kenne dich. Nee, die kriegst du automatisch. Die kriegst du durch Hauptgefächt. Okay. Wie kommen wir hier nochmal raus? Dann markiere ich die generalen Bereiche für dich. Ähm, okay. Yeah! Willst du fahren? Ja, ja. Ich würde es auch sagen. Andy, bitte. Boah, ich brauche. Ja, das ist ein geiler Auto. Jetzt soll ich es wieder machen. Start mit. Ja, hier habe ich gewartet. Start mit. Start mit. Watch your proximity meter, um zu sehen, ob du näher zu der Kursie gehst. Oder fahrst du weg. Ja, da haben wir doch schon eins, oder? Ja, geh da hin. Machst du hin jetzt fahren. Ach, ich muss es noch näher hin. Du siehst den Kreis und in der Mitte. Komm ich da rein, irgendwie hier so? Ja, rechts darum. Da siehst du. Ah, da ist da ja schon. Die müssen wir richtig farmen. Also immer, sobald du eine Sieg nehmen. Safe. Isch. Just keep getting them. Weil wenn man da ein bisschen viel farmt, dann kriegt man richtig gein Scheiß und dann ist das Spiel auch nicht so schwer. Okay, dann kannst du ja auf doch noch was du willst. Die Adels können wir dann auch Hardcore anstellen, schon mal. Wir können sie auch jetzt auf Hardcore stellen. Verpisst euch, meine Straße. Ja, fahr mal zu der. Warte mal, ich steig aus. Und hol die andere, okay? Die Muckischigkeit geil im Spiel. Ja, und du siehst du das. Ja, ich habe noch andere. Okay, ich habe noch andere. Ich will die andere. Scheiß Schulbos, verpiss dich. Für die Kinder. Es ist so unglaublich. Ich weiß nicht, aber wie ist das unglaublich? Es scheint, dass alles, was die normalen Regeln der Simulation gepostet hat, lösen Daten, die in deine Programmierung gelegt werden können. Ich verstehe das eigentlich nicht. Aber seitdem die Daten so fragmentiert sind, liegt es nicht hinter eine komplette Sub-Routine, um in deine Kodern zu lösen. Es ist einfach. Je mehr Cluster du bekommst, je mehr du kannst aufgreifen und du kannst aufgreifen. Ah, wir sprechen die gleiche Sprache. Also, drei davon sind genug? Sie sind noch ein paar Klagefragmente. Eine weitere und wir sehen uns. Das ist wie Johnny mir erzählt. Also, wenn diese Daten, die die die... Cluster, die Cluster und die Cluster geben, sie geben ihnen etwas zu tun, aber warum hat Zinyak seine Menschen ausgesucht, um sie zu holen? Warum brauchen sie sie? Um seinen Menschen einen boost oder was? Ich weiß nicht, du bist derjenige, der sagt, sie sind großartig. Wenn Zinyak möchte, den Code für seine Menschen, dann kann er einfach... Er schreibt die Simulation. Ja, aber was, wenn wir uns von... Du weißt, was? Nein, egal. Ich werde nur das akzeptieren und weitergehen. Wahrscheinlich besser dieser Weg. Ah, die... Zinyak zerstörte meine Hand. Das Ort hätte schon lange vorgegeben. Na, ich dachte immer, es hätte gebraucht. Ah, sorry, ich habe gerade... Zinyak. Mal sehen, was ich hier tun kann. Gennossen. Check it out. Check it out. Check it out, Anni. Upgrades habe ich hier. Was ist das für Upgrades? Ach, hier kann ich mich upgraden. Ach, für Geld. Upgrades. So, als gucken wir erstmal. Ausdauer das Länge aus. Das ist ganz geil. Wir müssen auf jeden Fall unseren Sprint und Sprung hochmachen. Macht ihr das okay? Sprint und Sprung, okay. Scheiß zeig mit dem Sprung. Oh Gott. Gesundheit brauchen wir noch nicht. Wo ist es bei Bonusses oder Abilities? Äh, weiß ich noch nicht. Ja, ist die... Ist die Mania... Increased the Land of Staminia bar. Moneypistole bauen. Noch nicht? Fähigkeit Nitrobau, ja auch noch nicht. Bonus XP, required over 6. Unruhe, Herdbelohnungen, steigere das Geld. Quests, ich mach mal ein Quest, okay. Fähigkeiten, Ding Erhöhung annehmen. Ausdauerung, okay. Äh, nimm mal an, bitte. Äh, ich muss ja schon das Ding rausmachen. Kräfte musst du noch machen. Supersprung, Supersprint. Ne, hab ich noch nicht gespielt dafür, glaubt. Doch, klar. Haben wir beide. Okay, warte mal. Ich geh auf Upgrades, okay? Ne, Powers, ah, okay. Wir haben nicht gespielt. Accept. Die müssen wir hochskillen. Weißt du, wie ich die Einsatz auch? Ah, ja. Da sag ich dir, guck, leer. Guck, du drückst. Ja, ich steh drin, steht drin. Du siehst. Leer Tasche, und, oh, wo, wo. Das fühlt sich großartig. Hier, lass mich ein Trainingsprogramm aufbauen, um zu testen die Power. Was, Trainingsprogramm? Ja. Wir kriegen jetzt mal so eine Einweisung. Und wie springt ich schneller? Oder einfach sprinten. Das kommt jetzt. Schließ das Training ab. Das ist richtig cool. Fuck, ich komm da nicht hoch. Das wird dich höher. Das wird dich höher. Das ist geil. Und so springt mir ein. Wir brauchen halt nachher keine Fahrzeuge, weil das finde ich halt ein bisschen schade. Das ist geil. Das ist geil. Warte mal leer antippen, Wandsprung halten, aufgelandener Wandsprung springen. Komm, Shadi. Das ist geil. Du bist geil. Das ist geil. Ich will das jetzt. Oh, jetzt. Komm, ich habe das. Das ist geil. Okay, jetzt für den großen Test. Use deinen super speed, um einen Rennstarten zu erlangen. Und lebe zu den öffnenden Geburt. Oh, du musst dich gut dran. Tja, das ist echt. Wir versuchen es. Und ich will etwas mehr, die挑战. Schön. Weil ich habe schon eine Restsabroutine gefunden in der Stadt. für die Stadt. das ist voll geil und irgendwann kann man unlimited sprinten das macht so geil deswegen habe ich mir das schwer ich gekauft das ist unser Hauptstab Energiekurschen verbessern muss jedes Mal nur nicht okay er hat sich nach Tempelrun ja rennen und springen und weich die Feuer aus 40 braucht man ne 15 was wir sind fünf Sekunden aufbauen oder was das ist der Köln ein 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 Oh, ich habe immer wieder eine Kram, dann will ich helfen. Ja. Gehen, Andy. Nein! Ich bin voll dran. Fuck nein! Ich bin ganz silberisch auch. Ja, ist ja wohl schon okay. Ich bin voll blazing complete. Yeah, dance up da. Ah, wir waren sogar ganz knapp dran. Ja, ich freue mich dran. Yeah. Ich bin in dem Moment, wo es auf Silber umgeschaltet hat, eigentlich rein. Nein! Ich bin schon da rett. Ja. 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 Ja.